so wehtun hallo Alice wie geht es dir mein Gott sie haben Alice getötet ihr Schweine ja genau ihr Schweine liegt alles eigentlich noch da oh scheiße oh da ist der andere noch der hat mir voll auf die Phrase gehauen oh weiß noch der Magier mit seinen scheiß Ritzen oh der wird auch so scheiße oh wie der hier rumwütscht dieser Emo das ist mein Schwer das ist für dich Alice das ist für dich Alice mit Bomben töten denk dran ja der kriegt jetzt erst mal auf die Phrase der Homo fühlt ja trotzdem mit Bomben töten warte 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 ich hab mal den anderen dabei Bomben macht mir Schaden jetzt also mal wieder weg ja der lebt noch ja der ist unwichtig und ich hatte deinen Späh im Arsch deck weißt du wie sich das anfühlt nicht gut also ich würd nicht gern wissen wie sich anfühlt diese Schweine ich will ein lebensseilkristall da oben haben fuck guck dir das Ding an das ist krass hm guck mal was ich in der Hand hab hm hm mh motherfucker ich bekomm den Lebenserkristall nicht das erinnert mich irgendwie an wadi Ballenthal mh Tattoo der Herrschaft ja jetzt hab ich das Motiv ja raus du da gott 26 yeah das ist so tief und ich bin kein Level Up man man ich bekomm das dann nicht SSS S S S S so ich hab SSS A S Kürzler auch S S S S Blutseiten, Handschuhe und so kann ich jetzt herstellen ja du kannst ja auch Blutseite herstellen wenn du willst gebe ich dir meine roten Spinnen nö ich brauchst du nicht der sieht aber noch ganz in Ordnung aus der äh der ist also der hat keine Wunden oder so du hast schon was in dem Video mit dem passiert ist der hat doch keine Wunden was ist wohl so brutal ey haben sie sich was nettes ausgedacht naja ich geh mal zur Stadt zurück ich nicht ich mach mir erstmal den ganzen magisches Puder ein magisches Puder bitte 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 fest abgeschlossen nein ja weil das Ding ist abgelaufen ist wahrscheinlich ja und jetzt tue ich erstmal meine Einfilter AP in meine Feuerblitz stecken und jetzt seh ich endlich gleich besser aus als der Charakter ich seh ja sowieso gut aus ähm nein so ich geh mal auf neue Hose und neue Helm okay sieht irgendwie scheiße aus wenn die Rüsten dazu fehlt du brauchst einen anderen Helm alter Helm hab ich jetzt einen anderen gut dein Helm ist nicht mehr zu tragen ich hab noch guck mal der Helm ist nicht so viel besser wenn du mich fragst aber das equipt was dazu nein der Helm passt aber zu dem was dann kommt ja 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 ich weiß guck so ich hab jetzt doppelter Halbmond so die anderen kann ich ja den Platten hoch und so kann ich ja verkaufen dann gehen wir als Händler laden das Verkauf bestellen dann bin ich hab das von uns mit ihm Speer Krister geben gestern erst mal haupt und neben fest haupt Hauptfest erst mal geben so was sagt denn Quinn okay die Elle äh die Quinn sagt sagt er es nicht weiß und fragt ob wir alles gefunden haben jetzt fragt die was mit alles geschehen ist ich glaub die Quinn wird leicht angepasst sein oder eher traurig oder? hm ich bin gerade was durch ok ähm der blutrote Tyrann sprich der Teddy müde darum der Teddy ja lass den Teddy knallen so richtig ja das Problem ist das Problem ist ähm ich hab das Quest-Item für die Haupt-Quest nicht bekommen den Brief? nein ja auffällig warte was brauchen wir da? Alice andenken ja ähm ich würd jetzt einfach sagen wir machen einmal den roten Tyrann ähm ähm wie? hä wie denn? haben wir dafür nicht die Quest gekriegt? ja das ist für Level Pan 30 weißt du oder? ach so scheiße stimmt ja ja ne ja dann würd ich sagen wir machen an dem Punkt jetzt mal Schnitt wieder warte ich geb denen grad die Blutsaugende Pflanzen so ja ne sonst würd ich sagen wir machen hier nämlich dann man Schnitt und machen dann nochmal die ganzen Scheiß der jetzt noch ansteht so ein paar langweiligen Link-Questen und so Jo Nebenquests und müssen die jetzt einen Dunget nochmal machen ja und ich wurde eben in Skype angeschrieben du auch naja dann ähm bis gleich Den du? banned Hallo und Willkommen zurück zu Vendectus Hallihallo wir haben jetzt ein paar Nebenquests gemacht wirине maite sind jetzt bei Level 27 Und haben dann nochmal ähm das wie heißt das um auf der Krupp auf der Kuh mehr gemacht und dann haben wir alles an Denken bekommen und er hat sich fest abgegeben aber es wird nichts interessantes gesagt es wird nur gesagt dass nein sie gewinnen dass sie gewinnen gesagt dass dass die total traurig ist das war der LF weg ist und das ist total schlimm ist nun untergeben zu verlieren und so ja und dass wir sie in Ruhe lassen sollen und dass wir jetzt zu tief gehen sollen sie fragen sollen ob sie ein Begräbnisritual macht ja und sie macht ein Ritual zur Erinnerung genau jetzt müssen wir wieder zu Quinn naja und die Quester geben genau sie da um durch keine Untersuchung durchführen aber da hat sie es gesagt wir dürfen das wir sie gehören nicht zu den Soldaten vom König verstehen wirst du und jetzt sagt sie ja was ich lese grad ähm ähm Alice hat ein paar Seiten an seinem Tagebuch gerissen er muss sie am Tag ufer verschwand geschrieben haben ähm schreiben unter Umständen nein ich kann nicht länger helfen das war das letzte was ich finden konnte ja wir sollen die letzten Seiten vom Tagebuch von Alice finden ja und jetzt sollen wir nochmal ins Gasthaus gehen zu tief und der erzählt uns jetzt ähm dass sie den Typ also äh in der Granroba also den Nile ein paar mal gesehen hat und ich weiß wie er heißt und jetzt kommt er ins Gasthaus um ja und jetzt fragt mich ob ich den Namen kenne und sie fragt sich auch ob er vielleicht auf Engel kommt und jetzt müssen wir die Quests weiter machen ähm ja 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 aber ich meine Ausrüstung stimmt das müsste ich auch mal machen oh nein verdammte Ausnahme Aufnahme aus äh Ergo will jetzt mit uns ein saufen warte 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 hä neile Aufnahme noch an hm 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 ich bin wieder an den Söldnerbericht gelaufen dann hängt mein Windigtes immer hm 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 jruck hm 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 Nein, hat der Schießpulver gekauft? Ein schwarzem Bildchen. Fail. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.